Willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play. Agents of Mayhem. Wir sehen euch nächste Mal. Anstatt sich zu beschweren, dass diese Schwarmtrupps sich überall einmischen, sollten sie vielleicht mal darüber nachdenken, sie zu töten. Und der Panzertruppler wäre ein furchterregender Gegner, hätte er nicht diese riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Und in jedem Krieg wird Kanonenfutter benötigt. Toll. So. Hier sind wir durch, das heißt, wir können... Rote Königin, Aishas neue Single ist draußen, aber sie erweist sich als Gefährdung für das Allgemeinwohl. Mayhem muss als Spaßbremse agieren und die Party will enden, bevor noch mehr Leute sterben. Anforderung, ein Rüstungsbohrer. Okay, ja, Pierce. So, Red Card können wir drin lassen. Sie tauschen wir aus gegen Pierce, wie üblich. Okay. Gelb. Gelb-Rot. So, was haben wir hier? Den blauen Yeti. Nee, der sieht ja total scheiße aus. Grünes Inferno. Nee. Spürigkeitsgrad Agent. Das ist ein bisschen sehr niedrig. Machen wir mal krasser Agent. Machen wir mal krasser Agent. Machen wir mal krass. Machen wir mal krass. Die蛋 hier istinker, aber wiederholfen. Schnell sind alle krass. iss родinnen. Sieh das! Sie hat einen Regen aus der Tür. Sieh das nicht! Warte, Agent. Das Eis sieht schlussisch. Schau dich um und siehst du, ob du die Sorte findest. Du musst es stoppen, was es macht. Auf den Straßen tanzen! Ich bin die größte Fan von K-Pop. Oh, you sound like Mixer. Ever since that mess with Gaunt, he won't start pestering me about my music choices. I'll mark you down as a big fan. No! Well, maybe a bit. It's infectious, isn't it? Everyone seems so drawn in. Listen to our songs, Hoenn. Feel the love that chorus is through it. Oh, no! The music is killing people! Quickly, you have to destroy the source! Zerstören Sie die Lautsprecher! Oh, that's a good one! It's not even up to my lungs. Is that over another? Ah, ok. Kill my husband wasn't enough? You have to destroy our hard work too. Your hard work is evil. What the hell is that racket? Aisha has deadly music pumping through speakers across the door. Someone destroyed those speakers! It's giving me a headache! Hab ich gerade gemacht. Ich bin auf der Wohlfahrt. Ich bin auf der Wohlfahrt. Ich bin auf der Wohlfahrt. Wenn du mein Wohlfahrt bist, ich werde die Wohlfahrt zurück. Das sind nur Empty Threats. Agent, keep destroying die Speakers bevor mehr Menschen sterben. Empty Threat? Wenn du nur wie falsch bist. Wir müssen die Wohlfahrt. Wir müssen die Wohlfahrt. Wir müssen die Wohlfahrt. Ha! Ach, jetzt hab ich hier irgendwas wieder. Na! Gump! 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 You'll never destroy all the Speakers in the city. Do you know how easy they are to buy in bulk? We can certainly try though. Time to hit up another spot. If you do that, then I'll destroy the Ark! Just a scratch. Oh god, Gott, es gibt so viel Druck auf unsere Netzwerk. Ist sie versuchen, in die Sinn zu entdecken? Das könnte es katastrophisch sein. Wie ist sie gewinnt access? Ich bin nicht sicher. Sie muss etwas amplifieren, die Signal zu haben. Es ist alles, was ich um sie zu halten. Ich kann unsere Gefängnisse, während Sie und die Agents finden, um sie direkt zu attacken. Das Bus muss die Amplifieren behalten. Ich muss Sie, um mir ein Entry Point in die Entdeckung zu holen, damit ich sie direkt zu hacken. Nein! Stopp ruining alles! Was ich überhaupt nicht tun, warum ich jetzt sagst? Nein! Hey! 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 Na Autoha,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oder,,,,,,,,,,,,,,,,, jetzt,,,,... Ja, Baby! You got any updates on that hack yet? I'm working on it. Aisha is backhacking me. I'll backhack, fronthack, and sidehack you until everyone in Mayhem is dead! Any time now, Friday. I'm still working on it. This isn't easy, you know. Damage! You get to hack your fingers off me! H-E-A-R-T-S-T-E-E-L Oh! You think you could kill me? Fuck you! I can destroy your art from here! Blast! I have to sever her connection. She's just too fast! Did you get her? I cut her connection. The music stopped and she can't access the sin. If we get closer to her, I'm sure we could find a way to delete her code. Wait, wait, wait! That gives me an idea! I think I know how we can confront her directly. Let me run it by Persephone. Also, that should end it. I'm so scared to get closer to my brain! Wait, wait, wait! I'm so scared to be at 두- and will go ahead and see if she has taken out of my wrist too. No, you're so scared about it. Oh, I'm so scared! Babe, you're so scared! May I see? I know that you have stayed with me. I know I need to look for the next few weeks! You can build your enemies. And if you leave me, So, Karte. Ah, guck mal, hier sind ja noch ein Haufen Splitter. Die sammeln wir erstmal ein. Ah, ich schau mal, wenn ich nicht kurz stehen. Okay. Dämlichen Scharfschützen. Hier ist auch noch einer. Wo ist der? Da unten. Ich habe so lange gewand zaj jeżeli wie ich. Ich habe so lange gewaschen. Ah, du bräuchst mir Target Practice! Nothin' to it! Hurt? I hope this ain't radioactive. I don't know what to do. Oben, unten, oben. Hm. Na? Diese Dinge wehren mich aus. Es schafft das... Hä? Wo ist er denn? Ich bin blind. Ich habe nur gerade hier gesehen. Hier. Genau. Ne, das sind nur rote Lichter. Hm. So, wo unten. Der ist da. Irgendwo unten. Ach da. Ja. This is a good one. Und hier. Und hier rüber. Ne, ne. Doch hier Eine Kiste Okay, Ubi auf der Höhe hier Wie ist das da? Das ist doch nicht rein. Komm ich da rein? Nee, dachte ich mir, da komm ich doch nicht rein. Okay, das ist mir noch ö-pen. Noch weiter nach oben. Und noch weiter nach oben. Da oben! Ich hab ihn. Ach guck mal da drüben ist was. Das ist ein guter. Okay. 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 Wo bist du? Äh, okay. Noch da unten. Gut. Okay. Ich hoffe das ist nicht Radio Agnes. Okay. So, next. Ist der irgendwo oben? Gut. Höh! Nice. Muss ich mich gerade nicht. Sind alle oben? Nee, der eine ist unten. Das wäre ja grauenvoll. Aha, das wäre ja grauenvoll. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ähm... Ah, hier. What? Das ist ja immer rum. These things weird me out. Okay. Snack the knuckle. Sweet. Sweet. Wo ist er denn? Da oben irgendwo. Okay. 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 Warte ich gerade. Der ist wieder ganz unten. Nee auch oben. Okay. Wie geht's denn jetzt? Okay. Okay. Wie geht's denn jetzt noch? Äh, fix Da hoch Ähm Ich glaube nicht, dass das Kanten sind, auf denen man stehen kann Ich glaube, den Kran irgendwie rauf, ne, ne Da hab ich auch weiter weg Das bringt irgendwie nix Wenn ich auf den Kanten da stehen kann Von der Fassade, dann funktioniert das Ansonsten funktioniert das nicht Und es funktioniert nicht Warum's? Okay Der wird also nix Äh, das klappt auch grad so nicht Äh Okay Ah, hier. Hier we go. These things weird me out. Snagged and nethered. Okay. So, was haben wir hier? Irgendwo da unten. Nee, Moment. Hier auch nicht. Da. Nice. Das war's. Das war's. Oh, was ist das? Da. Oh, ganz schön! Ah Nye Yeah Snagged another one da drüben ok wie kommen wir denn da hin so zum Beispiel nice ah alter ist ja noch alles voll ist ja großartig dann bin ich wieder ganz nach oben gibt es irgendwie einen Aufzug oh da ist noch einer guess we can have enough ok gehts auch nicht hoch ok hier gehts nicht weiter gut dann würde ich sagen hüpfen wir mal in Ark und aber um Macht zu erreichen muss man die Gesellschaft spalten und sie als ihr eigener Feind verkaufen dann kann man nämlich von seinen eigentlichen Machenschaften schön ablenken teile und herrsche so hier schon wieder neu was ist denn hier neu hier ist überhaupt nichts neu hier steht schon wieder neu ist doch totaler Clark hier ist doch gar nichts neu gut gut aber ein neues Video machen wir dann trotzdem also bis gleich tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal